ja hallo und willkommen zurück bei ebike.tom es freut mich dass ihr wieder dabei seid ja ich bin heute sehr aufgeregt denn ich habe ein paket bekommen von meinem neuen kooperationspartner ihr habt es ja schon in meinen videos erfahren und zwar die insta360 hat mir jetzt ein paket geschickt dieses hier und ja was sich alles in diesem paket befindet werde ich euch dann nach dem kurzen intro zeigen dann bis gleich ja hallo und willkommen zurück ja wie ihr seht ich habe schon alles aufgebaut und auch im paket enthalten war dieses t shirt hier von der insta360 passend in meiner größe was für ein zufall nein das bekommt jeder der eine kamera auf dem webshop dementsprechend bestellt bekommt jetzt hier so ein t shirt mitgeliefert in seiner passenden größe kann man dementsprechend angeben übrigens den link findet ihr in meiner video beschreibung und habt ihr die möglichkeit genau dieses bundle so wie ich es hier jetzt bekommen habe auch zu bestellen ja fangen wir mal an an dieser stelle erst mal groß dankeschön zu sagen und zwar für die kooperationsbereitschaft von der firma insta360 die mir hier dieses set sage ich jetzt mal für die nächsten sechs monate zur verfügung gestellt hat daher erst mal ein großes dankeschön und ja dann fangen wir jetzt mal an euch die sachen vorzustellen ja das glaube ich eines der wichtigsten bauteile oder zubehörteile die es überhaupt bei der insta360 gibt ist natürlich hier der selfie stick dieser selfie stick ja fangen wir mal damit an hat ist erstmal macht einen sehr qualitativ hochwertigen eindruck ist ausziehbar die genaue länge kann ich euch jetzt da gleich mal einblenden im video die dieser selfie stick hat ich würde mal schätzen vielleicht 120 und macht einen sehr stabilen hochwertigen eindruck hier oben mit gewinde wo man dann dementsprechend die halterung für die kamera anbringen kann oder auch die kamera direkt anbringen kann das muss mir später mal anschauen ja ansonsten hat sie hier noch einen gummierten griff um auch immer festen festen halt zu haben gefällt mir sehr gut übrigens dieser griff kann ja auch mittels software später entfernt werden und das ist auch das besondere bei der insta360 dass man dann diesen stick nicht mehr im bild hat ja als nächsten punkt habe ich natürlich hier die kamera selber das ist die insta360 x3 und dazu hat man mir jetzt auch noch eine sd karte geschickt mit 128 gigabyte und ja da freue ich mich natürlich besonders drauf hier diese kamera mit all ihren funktionsmöglichkeiten voll und ganz mal auszutesten und auszuprobieren dazu kommen wir dann auch später noch in meinen folgevideos wo ich euch dann die kamera genau vorstelle bzw zeige was mit dieser kamera alles möglich ist und dann zeige ich euch das ja dann gibt es noch hier eine schutzhülle eine schutzkappe und zwar für die kamera linse weil die ist die kann dementsprechend damit sie keine kratzer bekommt solltet ihr auch immer diese schutzhülle hier verwenden weil wenn da mal ein dicker kratzer drauf kommen sollte auf die linse dann wird das natürlich auch im video zu sehen sein und das kann man natürlich dann nicht gebrauchen deswegen immer schön vorsichtig sein und auch diese schutzhülle nutzen ja und dann kommen wir hier als nächsten punkt weil ich habe mir das bike bundle bestellt von der insta 63 x3 und zu dem bike bundle gehört dann hier auch wie ihr sehen könnt einmal eine brustgurthalterung und lenkhalterung beides habe ich mir schon gerade eben ein bisschen genauer angeguckt auch sehr hochwertig und da freue ich mich auch dieses zubehör dann dementsprechend zu nutzen um da schöne aufnahmen damit zu generieren ja des weiteren zum unboxing noch als kleinen bonus wollte ich euch noch darüber informieren dass ich jetzt in den nächsten jahr 365 tagen eine doku serie ins leben rufe und zwar 365 tage mit dem e-bike und da freue ich mich ganz besonders drauf auf diese doku serie die werde ich jetzt in den nächsten 365 tagen durchführen besonderheit ist hier dass ich mal aufzeigen will ja welche kosten auf einen zukommen in 365 tagen sprich einem jahr und auch die ganze nutzung des ebikes dokumentieren möchte in dieser doku 365 tage unterwegs mit dem e-bike da dürft ihr euch auch sehr sehr darauf freuen auf diese doku serie ja dann bedanke ich mich an dieser stelle dass ihr eingeschaltet habt und dabei wart vergesst bitte nicht dem video einen daumen nach oben zu geben und ja wenn ihr noch keine abonnenten seid dann abonniert doch bitte meinen kanal um keine neuen videos zu verpassen zu der insta 360 x3 und dann freue ich mich wenn wir uns wiedersehen beim nächsten mal es grüße euch euer e-bike tom bis dann